Forget das Video runter, ne 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 ne! Im Moment wo Felix auf mich geguckt hat... Wisst ihr wo ich den Prof finde? Ich hasse diesen Schwermarsch! Egal ich mach jetzt mal das Dünkste was gibt's. Chaunten? Oh das ist los! Hi. Voll scheiße, wa? Fuck! Vor allen Dingen weil ich immer noch den Platz gefunden habe, wo ich hin will. Warum kann ich Chaunten wenn ich Tauns habe? Ne ne das ist nicht gut von dir. Ah, da ein Stuhl! Das ist ja sowas. Da hat die schon wieder eine Granate geworfen. Alter, wir alle gleich mit Granaten draufgehen. Weißt du, ihr habt auch Munition und so, ne? Ja, mein erstes war total ausrasten. Ja klar, Standard. Kubi-Sonne. So, der Nico, guck mal. Ist das okay oder ist das zu dumm? Jungs, ich bin überwohlen. Bist du der... Ich hab grad was an mir vorbeifliegen sehen. Ich weiß nicht genau, um wen es sich handelt deswegen. Ist das okay oder ist das dumm? Ich weiß nicht genau, wo du bist. Ich hab keine Lust mehr. Ja, dann ist es lustig, glaub ich. Du bist das Ding im Ding. Du bist das Ding im Ding, ja, dann ist es auf jeden Fall lustig. Okay, gut. Ihr wisst schon, dass ihr nicht mehr taunten müsst. Ihr wisst schon, dass ihr nicht mehr taunten müsst. Ne, alle Tische, nicht alle. Erstmal werden alle taunten umgeworfen. Oh, fuck. Ich hab grad beim taunten meine Aufnahmetaste erwischt. Ey. Ey, mal weiter. Beide, du weißt, dass du nicht mehr taunten musst. Du musst nicht mehr taunten. Ja, hab ich auch. Das ist halt voll dämlich. Das ist F4, deine Aufnahmetaste. Ja. Uiuiui, das vermissen wir jetzt alle. Hammer. Hammer. Das wissen alle, wie ich auch sehe. Shit. Also, ich glaub, ich hab einen guten Spot genommen. Oder, Nico? Ja, das ist das schön. Das ist auf jeden Fall... Naja, cool, okay. Scheiße, ich dachte es war der letzte. Run away. Scheiße. Ja, war schön. Ja, immer noch. Weißt du, man will das erzählen läuft um der Ecke und hat so... That looks suspicious. Jums, ich hasse das. Ja, die ist echt zum Kotzen, ey, ohne Witz. Hm, was wollt ihr eigentlich? Sie ist halt schwieriger als Prop. Also, bis jetzt hat kein Prop Team gewonnen. Die ist scheiße einfach. Die Mutter ist so schwer neben die Schnauze. Das ist die Steigerung, Black Dizer. Schwer, schwerer, scheiße schwer. Scheiße schwer ist okay, aber scheiße alleine ist nicht... Doch, wie die ist scheiße? Ich hab letztens gesagt, dass jemand mir scheiße ist. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Ja. Ah, warum bin ich so fett? Warum bin ich so fett? So fett. Bin ausgesprochen fett. So fett war ich nie. Angegriffen. Kaffeeine, dazu sag ich jetzt einfach mal nichts. Ich denke, ich denke, dass das... Außer, dass du deine Frizeuse liebst. Das sag ich dazu. Ein Stuhl ist Stuhl! Ich war so rumlaufen auf einen Spot, und dann laufen da oben, da stehen da drei Leute. Plötzlich flieht ein Stuhl an mir vorbei, Hätte ich nicht mal gesehen. Dieser Stuhlgang ist der Wahnsinn. Ah! Da oben kannst du dich nicht verstecken. Verdammt, er ist weg! Dieser Gang des Stuhles ist so majestätisch. Der weiß. Der Stuhlgang, ah ja. Der Stuhl am Ende des Gangs. Es lebe die Maus, es lebe die Maus. Aber echt. Kommt der hier hoch! Was soll denn der Scheiß? Was soll der Scheiß? Hahahaha! Hahahaha! Ihr seid alle so schlecht! Also ich will ja nichts sagen, aber... Das war nicht schlecht! Die Wallen will die fliegen, du! Gut so! Heil Maus! Ah, nee. Heil Hydra! Nein! Was? Heil deine Maus! Heil deine Maus! In den Kampf gegen die Ruckelheim! Komisch. Ich dachte eine der Bankgewehrs, aber irgendwie... Jetzt endlich! Ganz ehrlich! Ja, was denn irgendwie? Nene, du musst dir echt mal ein besseres ausdenken. Alten, ne schon! Es hat besser funktioniert als eure Scheiße! Ja, ist echt so! Das ist eigentlich ganz schön arm! Kontrolliert nochmal alle Fässer! Meinst du war sowieso ein Troll? Meinst du war sowieso ein Troll? Alter, ich hab ein pornogeiles Prop gefunden! Gut so! Pornogeiles? Das ist eine Puppe! Ja, pornogeil! Das ist fast so wie ne Torte! Mussten wir dann fast schon zeigen, damit wir wissen, was wir... Das wir das nächstes Mal so nehmen oder so! Ja, dann komm mal kurz her! Okay, ich bin da! Wo bist denn du? Komm mal hier, komm mal hier! Komm mal her! Die Frage, wo bist denn du? Das ist vielleicht nicht so ganz das Geilste! Toll! Wo? Weißt du, wo das drauf war? Wo? Hier! Wie soll man da hinkommen? Ja, keine Ahnung! Aber, weißt du? Irgendwie kann man ja mal was versuchen! Ja, bestimmt! Ich gönne mir jetzt mal ne Kuhibe und... Ich gönne mir jetzt... Ach egal! Boah, einfach ist der nicht! Wir müssen uns da zu viert hinstellen! Also ich glaube, es ist entweder ein Fass oder ein Bett oder ein Schrank! Also irgendwas von dem muss er sein! Weil er hat gesagt, der ist fett! Und die anderen haben gesagt, da muss ich was besseres ausdenken! Also kann es nicht so schwer sein! Das ist mega schwer! Das ist schon wirklich krass, Alter! Das ist das beste Item auf den besten Spot! Der besten Lab! Auf der besten! Ich vermute mal tatsächlich... Ah ne, mein Spot war vorhin unter dem Schrank gar nicht so schlecht! Aber das ist vermute ich schon auch wegen der Schwierigkeitskarte! Wenn ich jetzt irgendwann taunten muss, dann ist es wieder offensichtlich! Das ist ein bisschen durch! Dann taunte doch mal! Nö! Hier wird nicht getauntet! Ja! Wird nicht getauntet! Alles gleich! Nein! Oh, Bene, du bist voll der Morro! Wer weiß es denn? Warum ich nicht? Ich kann es nicht glauben, ey! Weil wie sein Versteck einfach besser ist als unseres! Ja, ich verstehe es auch nicht! Okay, ich habe zwar getroled, aber davor... Die anderen Verstecke, die waren ja eigentlich bei mir gar nicht so schlecht! Hier ist keine Ahnung, aber ich vorher... Geil, ich habe voll viel Muni! Aber manchmal ist es einfach die Einfachheit! Dass es einfach macht! Äh... Ja, das stimmt das einfach! Ähm... Ja, das hat bei mir gerade eben nicht... Ich habe ihn! Ich habe ihn! Nein! Renn! Was ist er? Wo ist er? Er kann nichts! Renn! Was ist er? Wo ist er? Äh... Oben! Da! Warte! Er ist echt totlos! Lass ihn dann nicht abschießen! Er ist tot! Geh wieder zurück! Geh wieder zurück! Da! Genau! Genau! Da lang! Niko! Genau! Nein! Da! Andere Richtung! Genau! Und dann! Ähm! Da! Den Gang! Ey! 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 Hehehe! Alter! Cheß doch nicht auf den Schuh, den du selbst hingelegt hast da! 14, 13, 9... Ja, nice! 1, 10, 9, touch... Und ansonsten kommt bei meinen Mega-Verstecken kommt immer Birdo King an! Ach! Ja! In der letzten Minute! doch sehr geil und das war's aber ich habe auch gut hingepasst das war ja ich habe es gut ein gerass wenn ihr was macht alter an zwar in der ecke versteckt ihr seid alle an ihm vorbeigelaufen offensichtlich ist das nur noch will ich jetzt einfach alle dahin also nächste runter bei mir hat irgendwie nicht so geklappt das offensichtlich ich habe einen schönen punkt gefunden habe ich weiß nicht wo er ist mir hat die schwerkraft ein streich nicht schon wieder wo das wird man denn auf der karte können denn alle nicht bei uns wenn du richtig gut bist so wie ich auf der scheiß map gibt es einfach kein gutes versteck ist so ja ich verfolge ich war das total geil ich habe gerade den geilsten den geilsten james bond seil acta vollzogen der eine der schaut mir so ins gesicht und ich bei ihm plötzlich bin ich weg egal was er gebracht hat das sieht von weitem so aus als hätte er so folgt die verbrannten haare so schlecht guckst dir an blacky guckst dir ja mache ich dann es ist wunderschön alt habe ich fett viel der schrank ausgaben aber nico kommen wir ganz kurz zu mir dann kannst du das nachvollziehen ich war da ich bin bei dir bleibe ich gerade hingucke und da habe ich eine angeschaut und dann war ich weg also jetzt ist es also du lebst kann ich guck jetzt in jeder klar ich weiß ganz genau das funktioniert ja aber ich würde das von felix ist noch viel geiler muss ich jetzt sagen das von felix ist echtes das ist es eine ist wenn wir ein best of machen würden dann würde ich sein mag und er hat gesehen ich habe nichts mehr noch ein stück noch ein kleines stück allein nein der war süß und er war echt schön der war echt schön wie man einfach nie profs findet keine es gibt genuss als männer kommen sich stück auf dem märz also es gibt einmal und so locker war es ein ja aber ja weißt du von den 25 prozent stuhl jetzt habe ich schon fünf aufgezählt ja noch nicht mal ist ja niemand ist ja scheiße das haus nehmen könnte es nur das ist dann keiner was das ist denn lieber gar nicht und gehört genau dann war das ja mit dem taunt das war der eine ist übertrieben laut einfach gerade so ein paar mal auf der mit dem torte ist gestorben komisch auch schade habe ihn gekillt okay okay mein ganzes teil zwei stücke tötet ich war nur wie das ist halt ja meint das ist wirklich teilt gibt es übrigens dann ist es teilt habt ihr euch abgesprochen in den letzten zehn sekunden in den letzten zehn sekunden kommt bero king da stimmt ja eigentlich was nicht ne und bad hat mich einfach weg so vollkommen da laufen wahrscheinlich gleich zehn leute an mir das war jetzt aber zehn vor das ist auch richtig heute das war zehn von zehn habt ihr ihn oder ballert ihr einfach nur in der gegend rum wenn ihr was testet nehmt lieber die crowbar aber echt also ich bin nur zwei eine granate immer zum testen also ich muss sagen ihr hängt schon echt sexy unterwäsche auf den meinen ja aber das ist meine das ist alles meine unterwäsche was du willst was die bhs sind deine ok ja jeder einzelne und der linke auch das machen wir alle jetzt ohne spaß jetzt den merkst du euch die ganze zeit dein handy hör den auch ich check das nicht ich höre ihn aber ich weiß nicht wo es hör mal auf mit dem taunt wer immer der taunt ist hör mal bitte damit auf er kann nicht abgebrochen werden ja ich meine nicht den langen sondern den grad eben ich weiß ungefähr wo er ist das gibt es nicht kann ich sagen es ist schon mal jeder an mir vorbeigelaufen das gibt es nicht das gibt es echt eine karte ist schwer ich weiß echt nicht wie das sein kann dass ich die ständig die tons höre aber nicht weiß wo die wo die herkommen dachte muesli bedeutet mit mit milch schmeckt gut ja es ist aber leider ohne mich weiß was ich meine weißt du es ist auch einfacher wenn man sein sound auf 5.1 zur hand gestellt hat als nur stereo also dann ist das einfacher sagst du du cheatest hier mit deiner superioren hardware alter das kann doch zwischen jedes sound auch hätte der 5.1 weißt du ein sharkwerk muss irgendwo einer sein ne weißt du ich hab mich in die hier 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 ich hab mich gerade in den 5 minuten wo ich das spiel installiert habe hab ich mir einfach in die positionsabhängigen audio detail reingehackt nein krieg jetzt die position immer automatisch angezeigt ich hab's nicht gesehen die welche die stehen einfach so im busch drinnen alter es war noch nicht mal der bärde king so ich hab alle vier getötet alle vier nice nice aber ihr habt verdammt lange gebraucht für den busch ja ich hab halt erstmal ne weile gebraucht vorher hast du dich beschwert dass wir die ganze zeit gewinnen jetzt beschwerst du dich dass wir zu lange brauchen in den runden fuck ihr habt jetzt trotzdem gewonnen entscheide dich ich würd sagen das wars für heute oder ja aber eine gescheite map noch die war ja viel schneller ich hab aber hunger ja aber ich bin auf jeden fall weg jetzt leute dann macht ihr müsli kommt mal rein ja komm das wars jetzt ja das geht dann nicht mehr auf das ist sonst scheiße tschüss 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 oh das ist so süß diese kiste hier wie sie da hängt und wie sie langsam halt wo 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 oder ihr könnt es ihr Trời aber ja oder sie ask eben es ihr